Hm... Hm... Dich nicht. Dich. Dann kommen wir gleich nach Fenster rein. Alles gut. Außerdem... Alter! Bist du irre? Ja genau, jetzt greifen die mich an wegen dir. Arsch! Vollidioode. Wo ist Stier? Ich hab seinen Zweig. Der ist ja auch genial. Was guckt ihr mich so an? Ich war das nicht. Alter, haust du jetzt ab? Piep, piep, piep! Was? Was macht der denn da? Ja komm! Ja komm! Kommt doch her! Alter, sind das viele. Achja, ihr seid... Ihr seid schön tof. Hm. Dep, dede-dep, dede-dep, dede-dep. Ja, kommt ihr jetzt? Oder... Ja, nicht so. Grunz, grunz. Ja, und weiter? Tschüß, tschüß, tschüß. Was für Viecher? Hallo? Ja? Was ich sagen wollte, bevor wir hier so ungemütlich davon abgehalten wurden. Ähm, dann kann man hier vielleicht noch irgendwann so einen Gang hochbauen. Dann kann man hier oben nochmal stehen und... Was wollt ihr von mir? Ich hab überhaupt nichts gemacht. Hallo? 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 Ihr seid schon so ein bisschen doof, oder? Äh, nö? Oh, ich find schon. Die gehen jetzt bestimmt in die andere Welt und zerstören meinen... ... in mein Haus. Was leckt das eigentlich jetzt gerade so? Alter, die Frames spielen voll verrückt. Ist ja der Wahnsinn. Ich glaub das kommt, weil der ganze... ...Nita jetzt hinter mir her ist. Alter, wo bist du? Ja komm, nicht rein. Idiot. Hast du davon? Arschgesicht. So, wo sind die denn jetzt, die Viecher? Die sind jetzt alle wirklich da durch verschwunden? Alter. Ich will das nicht. Oh, ich werde so sterben, wenn ich da gleich wieder rausgehe. Beziehungsweise reingehe. Naja, gut. Ich kann's ja nicht ändern. Muss ich, äh, ja. Die nehmen mir jetzt bestimmt die ganze Bude auseinander. Ich würde mich so kaputt lachen, wenn die das wirklich machen würden. Aber ich wüsste dann schon, wo wir hingehen können. Ich hab da ja so ein nettes Gebiet. Wo man, äh... ...hoch bauen kann. Ja komm her. Ja komm her. Ja komm mal her. Ich hol den Pack. Ach ja. Aber das sind nicht wenig gewesen. Hm. Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich will doch mal bauen. Zumindest hatte ich das vor. So. Und jetzt... ...kommt mir tausend von den Viechern an. Ja, ja, ja. Ich glaub wir gehen gleich ganz spontan... ...zu dem, ähm... ...andern Portal. Und... ...fangen da anzubauen. Kann man das ja hier nicht mehr haben. Pff. Okay. Das darfst du auch kein erzählen. Das darfst du echt kein erzählen, was hier passiert. Achja. Ich hoffe, dass wenn ich gleich tot bin... ...zumindest die nicht mehr aggro sind auf mich. So Schweine-Mann. Ja, der hängt da drinnen. Da kann er meinetwegen auch abhängen. Ich hab keine Kiste, oder? Wäre natürlich gut, wenn ich jetzt eine Kiste hätte. Hallo. So. Ähm... ...ne Kiste hätte. Wo ich die Sachen mal kurz reintun könnte. Weil die Level sind mir ja egal. Also das ist jetzt ja... ...ich hätt mir doch Türen machen sollen. Ach, ist das schön. Ach, ist das schön. Na gut. Es hilft ja alles nix. Wir müssen ja irgendwann wieder zurück. Ich werde gleich direkt die Beine in die Hand nehmen. ... Geh weg! Geh weg! Da war ja gar kein Durchkommen. Das ist ja voll unfair. So. Dann halt anders. Ich mein... Wofür haben wir denn Diamanten? Hm. Ich mein Diamanten. Ich mein Holz. Oh. Und jetzt... Gips aufs Maul. Hoffe ich. Das waren ja nicht wenige, die da runter gesprungen sind. Weiß ich nicht, 7 Millionen oder so? Wop! Oh, Mini-Schwein. Oh, Geck. Sonst noch jemand hier? Wo sind meine Sachen? Wo... ...sind meine Sachen? Ähm... Die sind jetzt nicht alle wieder da drinnen gespawnt, oder? Wollt ihr mich verarschen? Äh... Ja gut, dann... ...muss ich mir doch ein... ...Eisenschwert machen, weil das Diamantschwert werde ich da jetzt nicht drinnen... ...verlieren. Nee, 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 nee. Nennt mich Feigling, aber nee, 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 nee. Ach, was den Scheiß, Mann. So, dann kommst du mal her. War gut, dass wir hier noch ein bisschen Rüstung haben. Auf geht's. Auf geht's, Geburm, eure Punkte. Eigentlich hätte ich noch eine andere Sache vor, die ich machen wollte, aber... ...naja. Ich hoffe nur, dass die Sachen überhaupt da sind. Neeeee... Neeeee... Alter... Ah... So schnell kommst du dir da gar nicht klar. Ich brauch ne Bombe. Maschinengewehr. Oder so. Ähm... Tütütütütütütütütütütüt... Sieben Schwerter, ob die lang? Ich sollte die nicht alle auf einmal mitnehmen. Das wäre so ein bisschen... Demnitsch. Ah, schön. Ich hab auch, ehrlich gesagt, keine Erfahrung mit den Pigments, weil ich die eigentlich in Ruhe lass. Ich mein, jetzt hab ich ja auch nix getan. Also, zumindest so. Theoretisch. Ach, guck mal. Zum Teufel kommen dir die Karotten her. Ähm... Na okay. Mennu! Ob es mehr bringt wenn ich mir Klamotten mache? Ich glaube nicht Attack, Damage, 4 Ja, komm Ah, das wird eine Doppelfolge Ähm Und ich werde sie nennen Sauerei Im Neter Oder so Vielleicht sollte ich schon die ganze Zeit drücken Da waren es nur noch 2 Okay, wenn ich Glück habe, muss ich nur noch 2 mal hin Wenn ich Pech habe, noch 3 mal Wenn ich ganz für Glück habe, nur noch 1 mal Das sah aber gerade eben aus, als wenn die mich nicht mehr angreifen wollen Wenn ich ehrlich bin Ah, naja Okay Alter, die machen auch ein Damage Das ist ja Wahnsinn So Alle guten Dinge sind 6 Hab ich gehört Denn die 6, die macht es So, jetzt wisst ihr auch, warum ich nicht unbedingt PvP machen will Ich bin einfach So Nicht gut wäre, schlecht Ausgedrückt Wopter Vogel So Was gibt mir meine Sachen wieder Was können wir denn davon wegschmeißen? Also wir können ja erstmal die Schuhe anziehen Die Rüstung Die Hosen, den Helm Haben wir hier denn noch Axt Komm die Schaufel Scheiß auf die Schaufel Das können wir auch wegschmeißen Das können wir auch wegschmeißen Meine Slaps Alles Jungs Ich wollte hier doch eigentlich noch Glas reinbauen Ähm Wo ist denn meine Spitzsacki da? Ist mein Glas? Mein Glas ist da So Das nehmen wir weg Das nehmen wir weg Wo kommt sind die denn jetzt? Hallo Ja Keine Schweinefee Ich bin das so gewohnt, dass das auf 2 ist So Machen wir denn hier auf So Nein, du sollst nicht immer die Stickies auswählen Mann Können wir sonst noch irgendwo was hinbauen Wo kommt denn die ganze Kohle her? Hä? Also die habe ich nicht mitgenommen Das verstehe ich jetzt nicht Wo kommt die Kohle? Hä? Kann ich die reparieren miteinander? So Halt zumindest so viel Platz Ist zwar jetzt Verschwendung, aber Momentan Gib ich einen feuchten Furz da drauf Da haben wir unser Futter Ich bin noch Sticks Zwölf Sticks Das ist zu viel Hm Wer hat noch? Nein, nicht Komm Der kann weg Nein, er kann auch weg. Alter, da ist ja die kaputte Spitze, aber ja gut. Gut, den Rest können wir mitnehmen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Ich hoffe nur, dass die irgendwann wieder... ...nicht so aggressiv werden. Ach, ich bin ja auch bescheuert. Bitte mal. Gib mir mal... ...dat her. Ich wollte hier noch den Boden draus machen. Dann können wir ja die Spitze kaputt machen. Die packen wir dann in die Koppels rein. Oh, eine andere Spitze ist da. Kommst da hin, kommst da hin. So. Ja, ja. Gnudu mal rum. Ihr habt eure Rache gehabt. ...die ihr eigentlich nicht verdient habt. Und, äh... ...muss ja auch gut sein irgendwann, ne? ...muss... ...nicht? Hey, ich bin jetzt siebenmal gestorben. Irgendwann muss ich auch eckig halten. ...nö? Wie, äh, äh... ...hallo? Bist du für ein Snob? So ein Idiot. Da hat er, äh, äh... ...muss... ...is denn... ...luten... ...wir... ...die Schuhe. Ah, ich... ...nie Schuhe, Mann. Hm. Hm, hm? Seid ihr noch böse auf mich? Ah, ah. Ja, dann ist ja gut. Ich werde das trotzdem da lassen. Nur zur Sicherheit. Das treue ich nämlich nicht. So. Haben wir auch noch ein bisschen mitgekriegt. Hier liegt noch Schweinezombiefleisch. Hier habe ich immer noch nicht den Zaun reingemacht. Sehe ich gerade an oben auch nicht. So, und da ist immer noch... nichts drin. Gut. Wir wissen es. Ähm... Dann haben wir das... Au. Au. Au.